Warum so schnell bist du? Ich will weg von dir. Nein, bitte gib mir eine Chance. Nein, ich wollte das nie so nah. Caron, das wäre mein Liebling, Schwiegersohn. Du bist Caron? Ja, und du Viktor. Und was hast du für meine Zeit für die Günther gearbeitet? Ich habe für die Sicherheit gesorgt. Gut, das mache ich jetzt. Hallo David. Das mit Viktor läuft nicht wie geplant. Ich glaube, du musst Adovic ran. Wenn was schief läuft, der Hans und ich sind die Ersten, die was da reingehen. Sie wird gleich erwischen, dann bist du frei bis hin. Ich will aber nicht frei sein, sondern bei dir. Nimmst du sie noch? Isabel? Eine freie Stunde von Günther? Wer hat bei dir ein Zelt aufgebaut? Auf Wiedersehen Baby! Wenn der so weitermacht, dann lege ich ihn um. Ich gehe rein. Eine Farbe und eine Reine mit Leidenschaft. Darf sonst noch etwas sein? Das alles, danke. Dankeschön. Ich gehe rein. Das war's.